Hallo hier ist EuropaBox 28 Uhr erneuten Challenge Time und jetzt ist mein Freund dran Raptor Ibricks und Raptor-Eye-Zombie mit der DSR 50 am Start, ja. Ja. Ja, mein Gott. Alles so witzig hier heute. Ich würde mal sagen, fang an zu suchen, ne? Ja, fang mal an zu suchen. Ja, Stimmungspillen, also ich muss ja. Also wenn es eine doofe Map ist, ich sag's gleich, ich geh raus. Nehmen wir euch ein, bitte. Wait, 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 wait. Ride, ride, los, ride, jetzt. Ich bin gerade für Cargo, Alter. Ja, ich hab jetzt auch für Cargo gestimmt, weil keiner für Rage stimmt. Komm, komm, wir sind stark. Ja, wir sind ein Clan. Also Gandalf. Ach, wirklich? Ich hab in den letzten Sekunden noch für Cargo bestimmt eisgehalten. So ein Arsch. Aber dafür müssen wir jetzt zwei Runden mit Sniper spielen, weil du dagegen gestorben hast. Hier werden hörengestörte Kinder, wo der Level 51er schon einen 07er KD hat. Wo kann ich überhaupt die scheiss KD anschauen? Hey Leute, das heißt, wenn wir jetzt verlieren, dann... Alter, du verlierst nicht. Die haben 07er KDs, was willst du da verlieren? Na ja, kommt drauf an, wir snipen. Wow. Ja, ich hab aber nur zwei Leute gesehen, die ohne 07er hatten, deshalb macht das mir Angst. Ich weiss nur, dass ich im Sniper scheisse bin. Ich auch. Jetzt sieht man es so im Video von den Krik Scopern. Bei mir sieht man es nicht. Ich kann nur hardscopen. Ja, hardscopen wenigstens sind nettos. Ja, ich versuche möglichst wenig zu hardscopen. Ich probiere so viel wie möglich zu trickshotten. Ja, ich bin tot. Ich versuche möglichst wenig zu trickshotten. Ich versuche wenigstens viele Miklos zu boopen. Hey, Witten, ich schaffe einen einzigen Kills und der Rest ist ja alles tot. Wer hat dich vor mir gestellt, Alter? Du, kleiner Arschloch, du. Deines Armschloch, seinsch traurig. Immer dieser Rassismus hier im Deutschen Land. Na los, na los! Ey, das ist richtig krass unlogisch, Mann. Hör nochmal, ich geh mal auf Empfindlichkeitswelt. Mal gucken, was... Ey, ich kann einfach nicht snipen. Ich hab für den 1,3 Schüsse gebraucht. Ja, DSR wurde ein bisschen runtergepatcht. Das ist zwar blöd, aber wahr. Nein, ich hab ihn einfach nur nicht getroffen. Yeah, Headshot, no scope. Ich hab ihn sogar noch genoscopet, Alter. Ich hab noch gesehen, Alter. Ich hab auch gesehen, wie du dich gericht hast. Alles. Jetzt muss er noch am Boden liegen, der Scheiß-Wichse, weil er Angst hat vom no scope. Das ist doch mal ein geiler Quickscope. War blöd nachgezogen, aber na ja. Vielleicht kann ich mit einer niedrigeren Empfindlichkeit besser quickscopen als der hardscopen, Alter. Guck mal, ey, das ist ein Noob, Mann. Ey, der eine decampt immer an der selben Stelle, den geh ich jetzt mal töten. Achso, und wir dürfen im Notfall mit der Secondary-Waffe spielen, na? Ja. Ich werde mir hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen, weil ich kann mir einen feinen schlechten KDs mehr leisten. Ey, Leute, könnt ihr mir dafür sorgen, dass kein... Im Ernst, wer campt bei diesem Scheiß-Verfickten-Game immer rum, ey? Ich. Nicht. Soll ich mal mit Secondary spielen? Du bist ein Lost-Dock-Klan-Member, du darfst nicht campen. Du hast deinen Anti-Camp-Glitch bekommen. Ja, ich habe extra eine Ausweis-Karte bekommen. Ich weiß echt nicht mehr, was mit mir los ist, Mann. Das ist doch dreckig. Erste Runde wieder voll geil, eh, ne? Hier so, ach, weiß nicht, geile Streaks und dann am Ende... Nee, nee, nee. Hörtlich schlechtes Läschte. Nein, nein, nein. Ha, aber ich habe ihn auch geklatschend, meine S-Menü. Ihr habt zwar keinen gesehen, aber trotzdem einen gekillt. Das zählt alles zur Challenge-Ding. Ey, die haben ein Geschütz, kannst du knicken. Verbündete Drohne nähert sich. Das ist... Ich schieße den in den Bauch, ne? Und ich kriege nicht mal einen Hitmarker. Das ist... Es sind immer diese 100k-Fuzzis da. Ich mag so eine Leute, die es nicht ausnutzen. Mein Gott, die haben sich gekauft. Ja, aber... Ja, die können nicht nur zwei. Okay, Leute, ich bin gerade... Hey, willst du mich verarschen, du scheiß Game? Der lockt zu mir hoch. Ich bin gespawnt, wo der erstmal gleich wegge... Bäh, Streiter, komm, ich mach gleich auch eine Tricks. Mach gleich ein Auf-Alder, ich könnte... Na komm, jetzt reicht's mir, jetzt brauche ich ein paar Kids, man. Das ist doch nicht mehr... Normal? Dieser kleinen Assoziant... Äh, ja. Was teut denn das, man? Das ist doch nicht mehr normal. Weißt du, ich steh hinter dem Brutzler und der stirbt. Ey, ich könnte wieder ausrasten, man. Das ist so eine kleine Assozialen... Massenzucht-Kinder, ne? So leid. So ist, kann man nichts damit ändern. Mann, ich wollte ins Wasser springen, damit du mich nicht mehr tötest. Ey, das ist doch nicht mehr normal, ich hab eine 1 zu 13. Oh, toll. Ich hab ein 1 zu 800. Ich hab 8 zu 13, dann besser als du. Ja, das steht aber auch nebenbei, Esmin und alle. Ja, und ich kann sie ja nicht mehr benutzen. Nein, das ist nicht geblockt. Ich hab gar nichts gemacht, ich hab eine Unterhose. Ich hab Gandalf gesagt. Also, okay. Ja, ist halt leicht verwechselbar. Ich hab den Wachter verspägt. Ey, komm, jetzt fangen sie auch noch mit Headglitchen an. Ja, komm, fickt euch mit eurer scheißfeindlichen Drohne, Mann. Ich hab eine 1 zu 5, Mann. Das wird wieder schlechteste KD ever. Voll doch. Wenn das jetzt wirklich so sein soll, ne? Voll doch, geil ist das. Du hast die Klasse ausgewählt, also. Jaja, nee, die Klasse ist ja nicht alles in Ordnung und alles so und so, ne? Aber die Gegner. So. Wie so scheiß Gegner, hier. Guckst dir an, guckst dir an. Ah, cool, M4-7. Zurück zur Band. Ey, das ist echt zum Kotzen. Also, ich fand den Kill witzig. Weil, der kommt aus unserer Base, der kommt aus unserer Base, was soll denn das? Schau mal, du warst von drei Leuten umgeben. Hättest du es nicht überlebt. Zwei. Drei. Der hinter dir, dann war noch einer hinter dir und vor dir war auch noch einer. Ja, die haben aber in eine andere Richtung geguckt. Nein, der hat gehetzt glitscht. So, welche Waffe nehmen wir jetzt? Ähm, wir machen das LP weiter und nehmen einfach immer noch... Nein, also warte, wir gehen kurz raus. Und nehmen eine andere Waffe. Ja, bitte. Verlust da. Ja, nein. Mit dem bin ich schon Waffenstufe 4. Wir könnten alle mal mit Skopje in Evo spielen. Äh, nicht mit Skopje in Evo, sondern mit Karpfze. Doch, komm, Alter, weißt du, was richtig geil wäre? Wir müssen die Skopje spielen mit Schnellfahrer. Nein, haben wir vorhin schon da was mit, da ist ja beschuldigt. Oh, Mann. Okay, los, welche Waffe? Karpf 40. Ohne die Karpf 40? Ja. Wo ist denn die Karpf 40 drin? Die Karpf 40 ist in der Secondary-Waffe. Und da ist Hauptwaffe? Boah, Alter, ich liebe Schweizer Akzente, ne? Gib mal ein bisschen Akzent ab. Es gibt keine Hauptwaffe. Nur ne Pistole. Doch, als Tauber für Einsatzschild. Ja, komm, fickt. Ja, okay. Aber hauptsächlich wird aber mit Dingen gespielt. Autsch. Ich glaube, ich nehme sogar hier Taktikmesser weg. So. Dann packe ich hier noch einen Tomahawk rein. Dann packe ich hier noch... So. Falls es für die Karpf 40 kein, äh, hier... Millimeter-Scan gibt. Ja, ihr habt noch mal einen Aufsatz für die Waffe. So. Ja, ich habe die auch voll. Ich werde für die auch kein Waffen-Prestige drücken. Also, auch mit, ähm, Dingen. Mit Einsatzschuld. Die einzigste Waffe, wo ich nie... Äh, wo ich immer in jedes Prestige mitnehme, ist meine goldige Pumpgun. Okay, wir haben Hardcore-Spiel. Okay, warte, dann packe ich aber keinen Vollmante auf die Waffe. Sondern reflexisieren. Ähm, denk dran, aber wir nehmen auch das Einsatzschild mit. Ja, ja. Nicht, dass ihr das vergesst. Meine beste Waffe ist die Victor. Victor? 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 Oh, meine, ich weiß gar nicht, was meine beste Waffe ist. Eichhörnchen. Eichhörnchen? Nein, warte, ich guck mal nach. Okay, MSMC war klar. Danach die Scorpion, dann die MP7, dann die Vector, dann die BDW, dann die Cicum, dann die A1, dann die DSR, Ballist, auf die... Schau mal bei mir, was die zweitbeste ist. Ich hab die RPG auf die Mande, ne? Ey, ich hab, äh, ich hab, äh, ich hab, äh, die... Nein, 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 du noob. Was? Ja, ihr habt die R-870MCS, habt ihr, ähm, die drei Meistertitel. Hm, du noob, das find ich echt nicht... ...und 56% Rehsicherheit. Ich hab, äh, wenn wir jetzt anfangen... Nein, los, starte. Doch! Okay. Starte jetzt einfach. Jetzt tun mir doch leid. Also, machen wir jetzt mit Einsatzschild und Cap40, weil dann muss ich ja sagen, wir machen mit Einsatzschild und Cap40. Ja. Ja, aber soll ich jetzt schnell das alte Video speichern und, äh, jetzt neu aufnehmen?